Ja, Torhüterposition, da bitte her. Leroy Sané steht mit Jesus Navas auf dem Flügel. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Abgefangen, gut gemacht. Von ihrem Neuzugang für die Außen versprechen sie sich natürlich viel. Er kommt also heute zu seinem Debüt und wird natürlich gleich Gas geben wollen. Williams! Guter Versuch, da hat nicht viel gefehlt. Leon Bailey Leon Bailey Und Lewandowski Nu Vidal Nelson Semedo Vidal Leon Bailey Dembélé Das könnte die Chance werden Da passt er auf und hat den Ball Lewandowski Dembélé Das könnte die Führung geben Das war knapp Williams Williams Gute Aktion Gute Aktion jetzt Oh, das sieht nicht gut aus, könnte Gelb geben Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht Und jetzt die Chance Und jetzt die Chance Die Chance müssen sie eigentlich nutzen Hatte die Chance gefährlich sané da geht sich klasse drauf jetzt haben sie den ball lewandowski aber kann klären jetzt könnte die flanke in den strafraum bringen lewandowski klatschaktion lewandowski sie liegen vorne und schauen sie sich diesen jubel an die fans legen sich in den armen die spieler legen sich in den armen so hatten sie sich das vorgestellt so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht sie verlieren den ball dem beli netz und semedo sie kommen jetzt über außen und lewandowski gut gemacht gutes täglich williams da wäre jetzt viel platz für den konter so alle können sich wieder beruhigen die unmittelbare gefahr ist jetzt erstmal beendet abwehr ist wieder da konnte chance vertan timo werner lewandowski wird gut dazwischen weg ist der ball gibt es jetzt die gelegenheit jetzt vielleicht sehr gut gemacht die gefahr ist vorbei toller pass geklärt von es da ecke das ist die chance zum ausgleich gut aufgewacht vom tollter den ball hat er war die williams da verlieren sie den ball jetzt das anspiel auf den flügel gute aktion jetzt jetzt ist der ball doch weg der steigpass von guardiola der ausgleich jetzt wird sie spannend da ist natürlich klasse für die zuschauer daheim das ist eine richtig interessante partie ich habe doch noch den ausgleich wenige momente vor der pause sind wieder da und jetzt gucken wir mal wie sich das weiterentwickelt und damit alles auf anfang es steht eins zu eins sehr gut aus der dorst sanchez kein team hat bisher entscheidt so gehen wir rein die zweite spielhälfte es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen ballverlust sané sané hier wurde auch vorteil entschieden sehr gute entscheidung ja sieht durchaus vielversprechend und gibt es jetzt die führung er passt auf und wirft sich in den schuss jetzt haben sie den ball verloren werner der ballverlust er hat das bislang sehr sehr ordentlich gemacht er hat den ausgleich kurz vor der pause gemacht gute leistung leon bailey hektar bellerin williams hektar bellerin ball ist unterwegs den zweikampf führte gut jetzt hat er den ball dem bille ballverlust farid bulaya timo werner ist hier immer noch am ball parade der herr aber noch gefährlich die k leon bailey da geht er dazwischen so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren das könnte was werden williams gute chance kein guter abschluss hier sie bekommen den eckball und die chance zur führung der ball kommt rein das war eine knappe kiste gute chance ja da kann der eckball gut rein und fast ist das ding drin netz und semedo da haben sie den ball gut gemacht und da ist der ball wieder weg zwei kampf hier und das wird ein wurf geben und piqué das macht er richtig gut timo werner dem bille ganz stark abgeblockt ja gut gelöst die situation hier vom torhüter super tag legen war die die roi sané so langsam wird es gefährlich axelwitzl am ball klasse pass das macht er draus dem bille sieht gefährlich aus dem bille starke aktion von der herr hält den ball und wieder so eine typ piqué die ecke hier richtig gefährlich ja 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 da hat nicht viel gefehlt cardiola vardy de la alle jetzt sehr gut pariert da muss der ganz genau wann er rauskommen muss starke aktion vom torhüter gradi oder piqué mit gutem einsatz jetzt vielleicht die chance für den konter hat die fans hoffen jetzt natürlich auf den späten siegtreffer kann er was draus machen der vorstoß in die mitte jetzt da können sie erstmal klären dem bille da stand da ist es denn gut abseits der blick an die seitenlinie es gibt jetzt hier den wechsel der trainer erhofft sich natürlich dass sich diese umstellung jetzt positiv im spiel bemerkbar macht williams macht holt sich den ball acht minuten jetzt noch so konter chance vielleicht jetzt farid bulaya dem bille bemerkbar williams nur noch fünf minuten zu gehen und nach wie vor steht es unentschieden passiert hier noch was leon bailey sie brauchen jetzt ein tor aber nicht so der verteidiger kann den pass unterbinden wir haben dann das war knapp wo 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 da zieht er ab, ist das schon der Siegträffer, na viel Zeit ist nicht mehr, was für eine dramatische Schlussphase Schauen wir doch mal drauf, das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein Wolf so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen Noch geben sie hier nicht auf, sie wechselt offensiv Ich bin gespannt, ob sie mit ihm und durch ihm die Niederlage abwenden können Spielt er den Ball in den Strafraum? Vielleicht der Partei, gerade nicht her, aber noch gefährlich Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's Und das war's, sie gewinnen diese